Zum Tausch des Schaltgriffgummis werden folgende Teile benötigt. Ein O-Ring, das Griffgummi, etwas Fett und ein schmaler Schlitzschraubendreher. Das Griffgummi kann einzeln ohne den Ausbau der Schaltzüge getauscht werden. Hebeln Sie mit einem schmalen Schlitzschraubendreher den Sicherungsring aus und legen ihn zusammen mit den alten Bauteilen zur Seite. Bei Kombination mit Carbonlenkern demontieren Sie bitte zuvor den kompletten Schaltgriff und führen die gezeigten Arbeitsschritte analog aus. Reinigen Sie die Lauffläche mit einem Lappen. Zum besseren Leichtlauf des Griffes tragen Sie eine dünne Schicht Fett auf. Legen Sie den O-Ring in den Griff ein und versehen beide Teile mit etwas Fett. Seiltrommel und Griffgummi sind nur in einer Position kombinierbar. Dafür sorgen fünf Zapfen, die in die entsprechenden Bohrungen in der Seiltrommel passen. Sobald die Teile mit leichten Druck zusammengefügt sind, setzen Sie den Sicherungsring wieder auf und prüfen, ob sich das Griffgummi leicht drehen lässt. Mit der Montage des Lenkergriffs ist der Tausch des Schaltgriffgummis beendet. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.roloff.de oder wenden Sie sich an unsere Fachhändler. Wir freuen uns über Ihr Interesse.